Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Visonator 19 Video. Ich zeige euch schnell, was im gestrigen Stream, nein warte, in der Folge ist es nicht mehr gestern, sondern am Stream vom 12.09. so passiert ist. Jetzt haben wir noch viel gemacht, das ist relativ viel zu tun. Auf jeden Fall musste ich ein bisschen Schulden machen, einfach weil ich ein Feld fertig hatte, ich hatte so 380 Schulden, fast 400.000. Ja, läuft bei mir nicht einmal so. Auf jeden Fall zeige ich euch schnell, was ich hier gemacht habe. Mit mir jetzt eben natürlich. Der ist nicht hier, ich nehme gerade unter der Woche auf. Das sind wir in der Woche nicht hier. Und zwar. Wir haben einmal das ganze Feld da abgeerntet. Gesei... wie wird man schon? Abgeerntet, pflügt, der Mais verkauft, geseit, und dünkt äh Tänisch auch rauskommt noch ist auch rauskommt aber das auch rauskommt, das steht leider immer noch da. Wir nehmen einen nachher noch weg. Ähm 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 Nochmal gedingt Also der Fell ist so weit, tut die Quanti fertig. Der muss nur noch wachsen. Dann ist im letzten Fall noch das Feld reif geworden, äh, im letzten Mal ist noch das Feld reif geworden. Ich kann ihn auch noch ernten. Dann haben wir noch das Feld abgeerntet. Das war auch noch mehr wegen Silo hier. Silo verkaufe ich ihn auch noch. Dann habe ich hier oben, da sind ja noch die Höfe gestanden. Man sieht es vielleicht noch ein bisschen hier im Schatten. So gerendert ist, sieht man es noch. Äh, sind zwei Kühlstelle gestanden. Da ist auch richtig behindert da so aufgebaut worden, wieder die Schweinestelle noch. Aber ich wollte einfach das Feld, äh, 18 ist es glaube ich gewesen. Weiss gar nicht, wohl gerade Feld 18. Habe ich wieder wollen, einfach für mehr Land und so. Auf jeden Fall, habe ich dann das Ganze wieder mit Terraforming ausgeplaniert, angepasst und so. Ja, und dann haben wir hier noch das Feld gekauft und das Feld gekauft und äh, da fällt da hinten gekauft. Und das Ganze einmal verbunden und jetzt haben wir hier nochmal ein neues grosses Feld. Hier dazu fällt mir allerdings noch Maschinen. Das ist ein bisschen blöd, aber hat er trotzdem. Ähm. Ja, die ganze Weiz sind immer noch verkauft. Auch für die Felder in dem Sinne. Da muss ich das Feld jetzt heute noch düngen, äh. Weiß gar nicht. Düngen. Muss ich nachher nachschauen. Auf jeden Fall eine Sucher drauf, sollen wir es noch entfernen. Ähm. Dann äh. Wäre es das eigentlich so gewesen, ja. Wäre es das so gewesen mit dem Rückblick hören, würde ich sagen, fange ich doch gleich mal an. Dann schaue ich schnell nach, ob es noch mal düngen. Oh. Muss ich auch noch düngen. Also wir möchten eigentlich jetzt zuerst gleich eine Suche entfernen. Aha. Hm. Und ich tue da noch schnell. Fertig düngen. Ist ja eigentlich nicht mal zu viel. Hm. Ja, ich glaube ich tue da schnell, äh. Hochrot verteilen. Dann düngen. Äh, Hochrot verteilen. Äh, Hochrot, äh. Guck mal, ist da laut. Guck mal, ist da laut. Man kann schnell das Hochrot entfernen. Das andere Feld geht fertig düngen. Dann da Feld noch schnell düngen. Und dann müsste eigentlich wieder alles ein bisschen in Ordnung sein. Und dann würde ich sogar doch schnell da klein finden. Ich hatte auch noch Kontakt mit der Pflegebereitung drauf. Und ich glaube der braucht schon Pflegebereitung, wenn ich mir das gestern angeschaut habe. Ja. Sowieso herkommisch, dass es zweimal... Ja, gespawnt ist. In dem Sinne ja perfekt vorne kann er es nicht rein, dann würde er es auch nehmen. Nein. Okay. So. Ups. Et voilà. Einmal auszoomen, einmal ausfahren, das Ganze. Mal kurz nachschauen. Ich kann eigentlich da anfangen. Ich sehe eigentlich auch gerade schon, wo. Dann nehmen wir doch das sechs Mal Schädere. Perfekt, da hinten reicht es gerade für eine ganze Breite. Ich hoffe, dass ich auch alles füge. Bis jetzt sieht es gut aus. Noch ein schönes obere Rand und unten durch. Perfekt. Das ist gut aus. Ich bin hier im Moment. Das ist gut aus. Das ist gut aus. Das ist gut aus. gut, dann gehe ich nochmal in die Aussenperspektive abstellen 3 stellen dann ist es auch noch bis hier und ich glaube auch nochmal etwas hoch ich will jetzt diese Linie nachfahren ja perfekt wie hat die alte Güte schon einmal wieder gebraucht? ich habe ja noch 61 Stunden geopft da habe ich nochmal alte Karete ich finde there Und hier eine letzte Reihe auf der Seite. Saubär. Nehmen wir da oben noch ein Fleck. Nehmen wir auch mal was mit was hätte, das ist eigentlich der ganze Randvolle. Wir haben eine ganz breite Verwicht, das ist super. Wir haben eine ganz breite Verwicht. 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 Okay. Du machst es. Du machst es. Im Stream haben wir das Feld mit zwei Cybermaschinen besitzt. Einmal den ganz grossen und dort haben wir noch Dünger drinnen gehabt und einmal noch den normalen, also den grössten vom Einzelkorn und darum haben wir hier halb gedüngt und halb ungedüngt. So. So, ich kann da nochmal rundum fahren, weil da bin ich gefahren, das weiss ich noch. Oh, er macht's mir jetzt eine dunkle Blase. Ist das ein krasses Problem. Na, ich muss holen. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Egal. Vielen Dank. Vielen Dank.